moin zocker freunde willkommen zu einer weiteren folge snow runner und ja wir mussten das erstmal eben gucken gott meine maus war immer eben sorry was wollten wir machen und so ist schon wieder eine woche her bei uns wir wollen das ding hier aus dem dreck ziehen deswegen kommt jan mal mit seinem pacific und leck und dann kommt aber mich hier aus dem dreck ziehen kann ich schmeiß mal meine karre an die frage ist willst du erst mal gucken ob du den weiter rübergezogen christ oder willst du mal gucken ob du mich anschieben kannst wie du willst ich habe nur angst dass er dann wieder umkippt erst mal stell mir einfach nur stumpf hinter dich die man mit dem also soll ich einfach mal gas geben jetzt okay ich muss ihn erst mal wieder an koppeln würde so ach ja genau das war nämlich das problem ich habe hier keine traktion mehr ich kann höchstens zurück glaube ich und nicht mal das kriege ich hin so und ich schiebe oder also zurück oder was okay ja versuch mal zu schieben genau also was du machst ja ich hatte da schon ja schieb ja ich bin ja ich bin ja okay passiert nichts ne gut da muss man ziehen Was? Das sieht auch nix. Das sieht auch nix. Das sieht auch nix. Okay. Punkt suchen. Dann haben wir den echt so festgebackt. Ich stell mich jetzt mal hier hinter die Laterne, dass ich rutschen kann. Ich warte, alles gut. So. Ach, ich komm nicht mehr an. Ich kann sagen, nimm den Krone. Was bummt die Bengel in die Krone? Das sehen wir noch nicht. Ist hier den Motor noch an? Ja. Ja. Muss ich ausmachen? Naja, das ist gut. Aber kann die Binde nicht mit dir verbinden? Im Trailer. Ist ja wieder schön. Gut. Also so auch nicht. Hm. Hm. Oh Gott, ich hab mich hier auch schon so eingegraben. Ich glaub ich muss auch gleich einmal auch meine Position ändern ohne Hänger. Und den dann wieder ran machen. Dann klappt das vielleicht auch. Ich seh gerade, dass ich mich mit den Vorderrädern so eingegraben hab hier. Ziehst du oder drückst du? Ich drücke. Jetzt sind wir. Alter Schwede. Ätzend. Okay. Er bewegt sich ganz langsam aber sicher. Bei mir bewegt sich gar nix. So, ich muss mal eben lösen. Vielleicht kannst du ihn jetzt ja auch besser ziehen oder so, wenn ich da nicht noch mit dran bin. Nee. Jetzt kann ich den gar nicht mitziehen. Okay. Boah. Ich kann mich nicht mal mehr mit einer Winde hier rausziehen, ey. So, der habe ich mich hier schon eingemurmelt. Ja, das sieht doch gut aus. Glaube ich. Ich häng' fest. Ja, ich auch. Okay, das scheint mir irgendwie grad so ein bisschen verbuggt hier. Okay. Gut. Ich bin wieder raus. Ich hatte das Gefühl, er hat den Anhänger noch dran. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr. So. Jetzt bin ich mal ein bisschen weiter vorne und kann mich wieder bewegen. Jetzt probiere ich mal meine Winde daran zu machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nö. Ich kann ja noch nix. Ich kann ja noch nix. Ah, das ist doch gut. Ja, ich brauche Platz. Truck wechseln. Oh, 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 oh. Erstmal wieder dran gewöhnen, dass wenn man die Karre wechselt, dass der Anhänger nicht nur noch neun geschieht, wird das keine P� overthrow sein. Oder? Não. Das macht man ihm. Ja, ich bräusche. Das macht três. Oh ung. Das macht ein bisschen thunder zu versten. Ich lange� ganz nahe. Die Frage ist halt, kriegen wir den hier echt über den Berg oder hätten wir unten rumfahren sollen? Das ist jetzt die große Preisfrage. So, ich bin wieder in P12. Soll ich das mal weiterziehen oder was? Ja, mach mal, ich drehe gerade meinen Truck, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr schieben kann. Der hängt aber auch fest. Ja gut, der steht natürlich vorne auch nur auf diesen Eisendingern. Ja gut, aber jetzt ist er frei. Ja? Okay. Kannst du wieder umdrehen und dann... Ja, das sollte ja hier vorne machbar sein, oder? Achso. Ja, ich hoffe das, dass wir hier über den Berg kommen, weil er hat sich ja hier auf dem Berg, auf der Spitze, hat er sich festgeördelt. Ja, das lasse ich lieber. Hat er ihn gerade schon so in einer knappen 45 Grad Neigung. Ich glaube, das wäre nie so gut gekommen. Hätte sie mich rumgebracht. Es wäre jetzt nicht das Beste gewesen, nee. So. Du drehst denn mal um? Ah, da kommst du. Vorne an der Kreuzung, man. Echt? Okay. Dann kann Platz das nicht. So. Ähm, ja sollen wir erstmal... Soll ich erstmal mehr Platz machen? Also, dass du... Ich guck mal. Ähm, vielleicht schiebst du auch gleich. Ich muss ja hier irgendwie um die Kurve. Ich weiß noch nicht wie. Das ist das Problem. So weit wie möglich rechts rum, ne? Ja. So, warte. Ich probier mal mit meiner Windel. So, ich hab jetzt... dich hier an der Windel. Ja, warte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, keiner bewegt sich hier nicht. Kann nichts tun. Ah, jetzt. Jetzt schiebe ich ihn raus. Ja. Ist aber auch gut so. Kriegt das Ding nicht nach außen. Ganz schwer. Aber wir sind drüber. Wir haben es gepackt. Oh Gott. Jetzt muss ich mal eben gucken, wegen der Strecke hier. Vorne ist ganz schön viel Wasser. Das heißt, ich versuche jetzt wieder hier rumzufahren. Äh, achso. Die Maus wieder nicht fixiert. Erstmal wieder reinkommen in die Steuerung hier gerade, ey. Eine Woche ist es her. Schon alles vergessen. Ja. Spielst du viele andere Spiele, das ist das Ding. Oh, ich hab jetzt gar nicht viel anderen Kram gespielt. Naja, aber wir haben ja auch wirklich eine Woche komplett pausiert, um auch auf das Update zu warten. Hat passt den Boden hier aber schon leicht umgeflügt, ne? Alter Schwede, ey. Ja. Das glaube ich gern. Der Flietster mag das hier gerade nicht so haben. Ne, ich bin im White Western, ne? Ne. Doch. Alter, ich komm hier nicht hoch. Alter, warum schaltet der immer so bescheuert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass die Automatik... Du musst manchmal einfach mittendrin Shift drücken oder sowas. Einmal kurz antippen. Das hilft manchmal immens. Ne, ich will... Achso, ich hab gar keinen Lastgang hoch. Ah, verdammt. Oh, ich häng schon wieder fest. Ja, warte. Ja, warte. Ich bin glaub da. Das sieht nicht so aus. Ja, ne, ich hab nochmal... Ne, eine Kurse, ey. Komm mal wieder zurück am besten. Ja, du bist gut, ey. Du bist dann. Ich hatte eben keine Traktion mehr. Geschieben. Ich arbeite auch schon bei Windeln. Ja. Nix geht's. Ja. Ich glaub, wir haben uns echt den falschen Weg hier ausgesucht. Oder wir haben zu wenig Leistung. Ja, eins von beiden. Gut, dann den wieder abstellen. Motor abstellen. Und ich hol den Pisser weg. Ich denke mal, dann werde ich dich jetzt erstmal da durchbegleiten, durchschieben. Dann ein bisschen was mit dem Vietster nochmal abgeben. Ach so, da war ein Baumwurzel. Ja, aber es ist nun mal ne Hauptroute, ne? Ich weiß nicht, wo du sonst hättest lang gehen. Bei da unten. Ich hab mich jetzt mit der Winde erstmal wieder befreit. Sehr schön. Wie stehen wir? Ne, jetzt steh ich schon wieder. Ich hab zu wenig Leistung. Ohne Scheiß. Ja, aber da kannst du die Leistung nicht auf die Straße bringen. Ja, da hat der Allrad alles da. Ja. Ja, aber kein Reifen. So, schieb mal eben nicht. Warum nicht? Weil ich jetzt gerade mal gucke, wo ich mit der Winde ran kann. Vor dir rechts der Telefonmaß. Ja. Ja. Gerade eben so. Warte, warte, warte. So. Okay. Weiter geht's. Sobald ich löse. Ja. Lass es. Ja. Du bist witzig. Ich komm mal mit Schwung. Jetzt bist du über dem Berg hier. Ja. Ja. Der Trailer wird ja auch wieder auf der Straße. Das waren die Steine hier oder was? Ich weiß es nicht. Boah. Naja. Ich kann schon wieder nicht. Ja, aber sieht der irgendwo auf oder haben wir wirklich zu wenig Leistung? Ja. Ich kann dir das jetzt gerade gar nicht sagen. Ich weiß nur, wenn wir jetzt hier, glaube ich, drüber weg sind, haben wir es auch geschafft. Aber ein bisschen Berg haben wir noch. Ach, die Kurven jetzt hängen wir am Baum. Tja, ich kann sie aber auch nicht zu groß machen, sonst fahre ich in den Graben. So, jetzt. Komm rum, komm rum, komm rum. Boah. Mann, das war ja wieder. Lief doch. Lief doch, sagt er. Ganz viel Schlamm. Nicht an dem festhalten. Also ich hänge hier noch im Schlamm fest. Du kommst gerade ab. War alles gut. Keine Angst, hier ist schon wieder Schlamm. Ja. Oder? Ja, das sieht doch noch aus. Ja, aber es sah schlimmer aus, als es ist. Also, das lübt ganz gut. Also, das mit Anstiegen ist jetzt nicht so geil irgendwie. Aber wir haben es geschafft. Ja, ja. Berühr dich einmal, dann verliert er hier komplett den Gang. Dann muss er erst wieder den Gang finden. Ja. Ja, ja. Ja. Na. eben ein bisschen wenig Traktion. Jetzt geht der Sprit auch noch alle bald. Du wieder? Ich hab doch letzte Woche noch aufgetankt. Was machst du? Ich bin am Mast hängen geblieben. Aber alles gut, alles gut. Geht sie jetzt rückwärts oder was ist das Wort? Ein Stück. Ja, ich stücken rück. Ah, geht gar nicht, kann gar nicht mehr rückwärts. Wieso nicht? Weil er festhängt. Lastgang? Nach dem Lastgang geht er nicht. Das ist nicht mein Tag heute. Drückst du? Ich drück. Er hängt wieder, glaube ich. Den hast du jetzt aber knackeld da reingekwetscht, ey. Hä? Ja, ich hab ihn jetzt gelöst von mir. Das ist gut. Das Problem ist, wir werden ihn wahrscheinlich trotzdem hier nicht rumkriegen. Das ist so eine enge Kurve. Du bist so ein Pessimist. Was? Du bist ein Pessimist. So. Eigentlich solltest du ankommen dürfen. Was mach ich denn? Was? Ähm. Was denn? Ja, ich muss ihn jetzt erstmal hier angekoppelt kriegen. Ich stell mich grad an wie der erste Mensch. Zieh doch einfach mit der Seilwinde vom Königshaken oder wie hieß der, ne? Königszapfen oder so. Moment. Ja, muss ich jetzt wohl auch. So, das geht mir auf den Sack hier. Jetzt noch mal wieder zusammen. Ich krieg die Drecksau jetzt nicht mehr angekoppelt hier. Hängt der fest, oder was? Nein, ich komm durch den Matsch hier nicht genau in die Spur. Was denn noch? Ja. Gerade er anfängt zu drücken. Die Frage ist, siehst du wie eng das jetzt hier ist? Ich weiß echt nicht, wie ich den hier rumkriegen soll. Fahren wir rum. Alles gut. Okay, mal langsamer. Und weiter. Warte, keine Traktion mehr. Okay. Okay, sagt er. Oh Mann. Lief doch all glatt. All glatt, ja. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt mal noch diese Dinger da unten nicht besser einfahren kann, ne? Ja. Soll ich kurz aussteigen und wegflexen? Ja, mach mal. Wenn das gehen würde, wäre das toll. Ja, dann werden wir aber so bei Gefühl und Klötzchen bauen spielen. Ja. Die Strap Mechanik. Da kannst du sowas immer gut bringen. Wenn du denn so einen Anhänger dir baust. Bei den letzten 23 Liter. Ja, zur Not habe ich auch noch 150, die ich da nicht reinputtern könnte. Ja, aber ich muss sagen, einen Kran hätte ich nicht gebraucht. Ne. Also da hätte ich lieber so ein Survival Kit Tool mit Aim-Zone. Ich glaube, du kannst den Fleet Star holen. Ja, weil die Mission machen wir jetzt noch fertig, liebe Leute, weil wir danach nach Alaska gehen. Weil das war die letzte Welt, äh, letzte Mission mit, mit, ja, Weltkugel. Also Weltereignis. Ja. Alter, jetzt häng ich hier schon wieder fest. Drei Meter vorm Ziel? Ja. Bist zu matschig hier. Bist zu matschig hier. Ja, alles gut, ich hab mich befreit. Aber ja, ist zu matschig hier. Haben die neue Sounds? Irgendwie macht der Anhänger hier ganz kuriose Geräusche. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie hier nicht sogar zufällig geändert haben. Dass man hier nicht mehr weiterkommt. Ich hab nur drei Lieder. Und ich komm nicht bis zum Ziel. Das ist unglaublich. Ja, sonst musst du mein Pacific. Nehmen. Ähm. Und beim Tanken einfach immer nur F kurz tippen. Dann machst du immer nur die, ich sag jetzt mal 70 Liter. Mhm. Weil wenn du durchgehend hältst, dann shittest du deine Karre einmal komplett voll. Jaja, das weiß ich. Okay. Mann, ey. Okay. Also wir waren gefühlt mit dem anderen etwas zügiger. Aber irgendwie fand ich so. Ich hab das Gefühl, ich brauche hier gerade ewig mit dem Ding. Was meinst du mit zügiger? Kontinuierlich eine höhere Geschwindigkeit. Okay. Wenn ich mit dem White Western Star hier irgendwo einsacke, selbst mit Lastgang und Tiff-Sperre und andrum und dran, zieht sich das dann doch von uns. Also kann ewig brauchen, um aus diesem Matsch wieder rauszuholen. So, das haben wir. Hier liegt noch irgendwelche Steine oder sowas auf dem Anhänger. Okay. Escape. Escape? Ja, musst du hier kurz raus. Alles gut. Nichts Böses gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich dir das glauben soll. Einstellung. Jesus vom Erfolg ausschließen. Ja. So. Und jetzt bin ich endlich da. Jawohl. Meine Fresse. Jetzt musst du nur noch die Stahlträger hier an den Laden bringen. Ja, dann bin ich ja gleich da. Ich fahre mal hier beiseite. War das eigentlich ein fertiger Trailer? Ja, ne? Das war die Dinger, die du komplett abgibst, oder? Ja, ja, genau. Okay. Hat ein leerer Tank? Ich hab noch nicht alles getankt. Boah. Hab ich doch alles getankt. Ich hab deinen Truck leer gemacht. Ja. Ich war der Meinung, hab ich nicht, aber... It's not my day. Alles gut. Okay. Mit ein bisschen Überlänge, liebe Leute, haben wir es jetzt gleich geschafft. Das heißt, dann in der nächsten Folge sind wir in Alaska und kümmern uns da um die Weltenmissionen. Hä, fehlt hier nicht noch was? Aber keine Weltenmissionen. Wir können noch vier, ich sag mal, Missionen hier von Husky Forwarding machen, glaube ich. Aber Missionen mit einer Welt sind vorbei. Wo ist denn die? Also, wir sollen hier noch einen Ölbohrer hinbringen. Ähm. Hä? Host Rang 8 erforderlich, von Host gesperrt? Wo ist die für mich nicht frei? Ach, ich weiß es nicht. Okay. Spring mal eben raus. Na toll. Also haben sie... Ach ja, übrigens gab es ein Update. Haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Ich weiß es nicht. Ähm. Juhu, okay. Ja. Nicht alles gefixt. Nee, nicht alles gefixt. Ja, stimmt. Boah. Hier soll jetzt noch ein Ölbohrer hin. Wie viel Platz brauchst du noch einen Ölbohrer denn? Vier, fünf? Ja, der muss auf den Trailer drauf, den du hier auf dem Fleetstar hast. Okay. Dann sind wir in der nächsten Folge, ähm, doch noch nicht, ähm, in Dings, in Alaska. Wir holen uns nochmal eben einen Ölbohrer und, ähm, ja. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir den Ölbohrer hierher transportieren. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.